...in jeder Beziehung und haben viel Spaß gehabt, dieses Werk aufzubauen. Ich habe damals gesagt, wir werden so 70 Mitarbeiter haben, als Komponentenwerk für Fendt. Wir haben dann ziemlich schnell über 100 gehabt und haben dann ein weiteres Produkt hingelegt, also nicht nur Komponenten, sondern ein Produkt, das ist der Fendt-Hexter. Wenn der Mais fährt, die ganze Maispflanze erntet, hält. Sehr schön. Und wie lange sind Sie jetzt hier? Ich auch. Und haben nicht verheult, ja. Ich habe nicht verheult, ja. Sie waren nicht verheult, aber ich habe nicht verheult. Okay, dann alles cool. Ich habe meine Kinder, meine Frau. Das ist okay, aber das läuft so. Okay, alles cool. Wir haben eine gute Atmosphäre hier, Herr Rasmus. Ich meine, die Probleme in der Gesellschaft spielen sich nicht. Ich meine, die Probleme in der Gesellschaft ist, Untertitelung des ZDF, 2020